So, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, äh, Need for Speed! Nein, Scherz, und Let's Play Minecraft. Ähm, ja, und für die Leute, die immer noch nicht gereilt haben, was das hier werden soll, ich glaub, ich hab das auch noch nicht so näher erklärt, das hier soll eine unterirdische Fabrikanlage werden. Ich werd hier Cobblestone-Generatoren, also vollautomatische Cobblestone-Generatoren hinbauen, ich werd hier vollautomatische Farmen hinbauen, und das hat den Grund, hier unten sind sie geschützt vor Endermänner, Creeper und so weiter, während oben an der Oberfläche sie jederzeit in die Luft gesprengt werden könnten, oder zum Beispiel, das war bei Gronk ja immer der Fall, wenn dann Enderman auch nur einen Block von seinem Redstone-System geklaut hat, dann ist da der Chaos los. Und darum baue ich hier unten diese Anlage hin. Ähm, und das hier, diese Ampore, hat eigentlich nur designerische Gründe, ich find, die sieht aber auch schon echt nice aus, müsst ihr ja auch zugeben, also, boah, ich find, das lässt sie schon sehen. Ähm, und ich glaub, mittlerweile ist auch schon der Eisen fertig. Ja, das ist es. Können wir alles hier wieder reinpacken. Mal Cobblestone das, und das packen wir alles wieder rein. Mh, nee, komm, das müssen wir jetzt nicht hier reinpacken. Ähm, wie viel Uhr haben wir eigentlich mittlerweile hier, also... Ach, wie ist es hell. Ähm, die Bäume können ja hier in Ruhe wachsen in dem Zeitraum. Nehmen wir uns mal hier kurz alles, dann schubsen wir die mal weg. Die würden hier saugerne ausbrechen, glaube ich. Ich glaub, ich werd hier so ein doppeltes Zauntor mal so hinmachen. Irgendwann mal. So, dass es für die Viecher schwieriger ist, auszubüchsen. Äh, wie kann man nochmal Schafe locken? Das würde mich auch nochmal interessieren. Warte mal. Welches Tier fuchst darauf an? Baby, don't have me. Also Schweine interessieren sich nicht. Schafe scheinen sich drauf zu freuen. Wie sieht's mit Kühen aus? Ah, Kühe... Ähm... Kühe scheinen sich auch drauf zu fokussieren. Gut, dass wir das wissen, dann können wir uns Kühe züchten. Wobei, Kühe finde ich auch praktischer als Schweine. Obwohl, ich glaube, Schweine droppen mehr, ne? Also mehr Nahrung, äh... Fleisch, meine ich. Ähm... Naja, bauen wir erstmal unten die Anlage fertig. Wir haben ja schon Hühner und so weiter. Und da hinten scheint ja ins Borngebiet zu sein. Also da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Irgendwie, dass da jetzt... Jetzt wird ja jetzt Ressourcenprobleme bekommen. Ne? So, come on. Und falls wir mal Obsidian brauchen, da an der Seite können wir uns ja Obsidian holen. Ähm... Zack, also das hier sind ja... Eins, zwei, drei Blöcke. Ähm... Heißt, wenn wir 17 Blöcke, dann haben wir 20 Blöcke. Gut, also... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Äh... Neun... Zehn... Ähm... Wir bräuchten mal eine neue Spitzhacke. Weil die wird gleich kaputt gehen. Machen wir mal gleich... Ähm... Das waren jetzt zehn. Elf... Wusste ich doch. Zwölf... Sind das denn... Na, komm. Dreizehn... Vierzehn... Fünfzehn... Ja, solange könnte man machen, was. Ähm... Gut, dann haben wir hier sozusagen jetzt einen Maßstab, wie weit wir buddeln müssen. So, dann müssen wir hier nochmal weiter... Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wenn wir das hier alles abbauen werden, wie viele Ressourcen das sind. TNT wäre dafür auch nicht schlecht. Und, ähm... Ach, wisst ihr was? Wir haben momentan so viel Holz da. Mach ich mir noch, ähm... Ähm... So... Warte... Zack... Ähm... Dann bauen wir hier mal so ein bisschen... Ah, Mann, ich... Zehn... So... Ähm... Aber ich glaube, oben haben wir noch was, oder? Ach komm, packen wir das nochmal hier rein. So... Wird war schon... Nice, wir haben hier schon mehrere Stacks. Ähm... Das sortieren wir hier mal so ein bisschen. Kein Bock, dass das hier komplett ungeordnet rumfliegt. So... Ein bisschen Sortierung muss ja rein. Ich glaube, wir werden hier noch mal ein paar, ein paar Thronen hinbauen. Einfach, damit das ein bisschen mehr wird. So, wartet mal. Ich muss mich noch gewöhnen mit dem Mikro. Ich halte meinen Kopf nämlich ziemlich weit hinten. Es tut mir auch sehr leid. Ah, da haben wir noch ein paar. Aber ein Tor haben wir nicht mehr. So, dann machen wir uns nochmal ein Tor. Bingo. Wie... Ach, weißt du was? Dann machen wir nochmal, ähm... Für die Schafe. Bauen wir... Ja, ähm... Ähm... Dann machen wir das so. Das sind ja zwei Blöcke. Brauche ich noch Kies. Kies zur Verlegung der Wege. Ähm... Dann müssen wir das hier so zwei... Und hier auch nochmal zwei. Ähm... Felder müssten wir auch nochmal wieder machen. Ah, wir müssen das so sauviel machen. Gut, dann umrahmen wir das Ganze mal. Das sollen ja neun mal neun Felder werden. Ja, dann machen wir hier nochmal. Am besten wartet mal. Ähm... Ähm... Ich dürr's hier gleich ein beim Bauern an. Komm, ich hab kein... Ich mag das nicht, wenn das da so aneckt. Wie hier noch ne... Da haben wir noch ne Schaufel. Ich wusste doch hier noch ne Schaufel. Und dann verputzen wir nochmal das jetzt die Höhentil. Ja, die Höhentil. Ja, die Höhentil schmeckt echt sau lecker. Muss man sagen. Hella. Kann doch nicht so viele Eier hier haben. So. Äh... Ich hab immer die Hoffnung, dass da hinkommt. Gut. So. Fackeln. Genau. So. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas kommt. So. Und es wird Nacht. Hm. Es sieht ja hier schon noch ein bisschen kahl aus. Muss man ja sagen. Ich find, die Fälle sind auch saukleine. Da hat Kronki ja zum Beispiel größere Euro gebaut früher. Aber... Hey, wir sind noch kleine Anfänger. Und das hier wird ja nur das kleine Starterhaus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Haus und prüfen. Generell, das Haus ist noch ziemlich kahl. Gute Nacht. Gute Nacht. Ähm... Gute Nacht. Gute Nacht. Wir wollten ja jetzt... Gute Nacht. Jetzt gibt's das zu fressen wieder. Knückel. Yeah. Komm mal. Come on. Du musst mal bitte hier lang. Komm. Verliere mich nicht. Wir müssen dich noch zur anderen Kuh bringen. Wartet mal. Die muss auch angefuchst sein. Komm. Hey. Bist du blöd? Ich kenn mich. Okay, dann schubsen wir dich. Ja. Okay. Hat die mich jetzt auch? Ja, jetzt haben die mich beide fokussiert. Endlich kommt ihr. Ja. Bei mir gibt's nix zu essen. Entschuldigung. Nicht in den Teich, ihr Idioten. Nicht in den Teich. Glaub mir. Nicht in den Teich. Brave Tiere. Man sieht schon, die sind brav. Also. Come on. So. Kommt mit. Rein hier. Ey. Ihr seid aber echt zu blöd hier. Nein. Du. Du. Come on. Ja. Komm. Du auch. Rein. Nein. So. Jetzt müsste ich das eigentlich zensieren. Ja. Nice. Dann. Sie beachten mich. Endlich. Ähm. Und hier könnten wir, glaube ich, auch mal wieder. Einen Scheiß, ne? Du dummes Vieh. Gut. Wir haben jetzt ein weiteres Huhn. Dann können wir ein altes abschlachten. Oh ja. Ich bin so brutal, ey. Alle haben Schiss vor mir. Kloppen wir die auch mal wieder in den Ofen. Dann haben wir ein bisschen Kohle. Ach ja. Schafe brauchen wir auch noch. Haben wir eigentlich noch Kakteen? Haben wir uns eigentlich schon einen Kaktus geholt? Ja. Drei Kakteen haben wir uns geholt. Gut. Dann müssen wir uns mal kurz Schafe holen. Damit wir auch. Ähm. Obwohl, ne. Du brauchst nicht so lange, um aus dem Pool rauszukommen. Ich glaube. Hier werden doch garantiert noch andere. Ja. Siehst du. Hier sind noch andere Schafe. Komm. Ja. Na komm, du Scheißpflege. Verpiss dich mal. Alter. Wie viele Hungerkeulen wir schon weg haben. Where do you come? Nein. Vergiss mich nicht. Ich war doch, äh. Der, der dir die Freiheit geklaut hat. Alter. Meine Maus. Komm. Die Kühe waren ja noch freundlicher als ihr. Das Ding hat mich mal endlich fokussiert. Ja, sie haben mich fokussiert. Ein braunes und ein weißes. Es wird nur noch ein schwarzes. Oh Gott. Alter. Flach wird's. Alter, ey. Na, könnt ihr das auch träumen wie die Kanickel. Alter, das weiße. Widerspenstiges Gesindel hier. Ja, komm, komm, komm. Ja. Kommt ruhig mit. So, jetzt stellt euch bitte mal intelligenter an als die Kühe. Alter, ihr seid sogar intelligenter als die Kühe. Ha, ihr seid alle gefahren. Wisst ihr, warum? Weil ich's kann. So, die Kohle holen wir wieder rein. Und hier raus craften. Ach, wir haben ja was zu traden. Ich vollidiot. Obwohl, warte, erstmal machen wir noch ein bisschen weitere Brötchen. Backe Brot, aber wir craften es, ne? So. Dann würde ich sagen, behalten wir hier auch schon die Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.